Herzlich willkommen zu dieser aufregenden Fahrzeugvorstellung des modernisierten Alstom Coradia Continental 3 Teilers der Regio Schnellbahn, betrieben von der Nordwestbahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In den nächsten vier Minuten nehmen wir dich mit auf eine spannende Tour durch den Innenraum dieses innovativen Regionalzugs. Erfahre mehr über die neuen Features, die komfortable Ausstattung und die modernen Annehmlichkeiten, die diesen Zug zu einer idealen Wahl für Pendler und Reisende machen. Wir zeigen dir den neuen Look, die verbesserten Sitze und die innovative Technologie, die dir eine angenehme und entspannte Reise ermöglicht. Tauche ein in die Welt des modernisierten Coradia Continental und lass dich von seinem Komfort und seiner Funktionalität überzeugen. Erlebe hautnah, warum dieser Regionalzug bei den Fahrgästen so beliebt ist und welche Vorteile er bietet. Genieße eine virtuelle Fahrt und entdecke die Vorzüge dieses zeitgemäßen Regionalzugs der Nordwestbahn. Lass uns gemeinsam den Innenraum erkunden und alles über die Besonderheiten dieses Zuges erfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr uns auf diesem Rundgang durch des modernisierte Coradia Continental drei Teile begleitet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal für weitere spannende Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.